Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und zwar spielen wir jetzt mal wieder Brainbow. Wie gesagt, ich habe einfach mega Lust auf diesen Spielmodus und es geht auch gleich los. Ich bin in Team Blau. Im Moment noch alleine, aber jetzt sind wir auch zu dritt. Und ja. Wir gehen direkt in die Mitte. Und der Typ nervt mich. Der Down! Oh Mann. Dann wurde ich von irgendwo anders gekillt. Ey, warum geht der sofort zu der anderen Base und Camp dort? Naja, egal. Ich mag die Map nicht wirklich. Oder eigentlich habe ich eh nichts gegen sie, nur sie ist zu groß. Also habe ich doch was gegen sie. Aber das war auch schon alles, was ich gegen sie habe. Okay, dann renne ich halt normal hin. Nein. Nein. Da hat mich ein grüner geschossen. so hier ist der block aha mann ich werde die ganze zeit von irgendwo erschossen ich hatte vorhin zwei runden gespielt die waren richtig schön alle beide aber jetzt natürlich nicht mehr denn ich werde die ganze zeit von irgendwo abgeschossen der grüne die grünen nervt mich besonders hey gleich noch mal da jetzt schon wieder in der aufnahme noch mal da und gleich dreimal auf team grün es war halt einfach die günstige günstigste position um bei grün reinzuschießen also nicht das grün denkt ich habe höre ich was gegen die was dagegen noch eindeutig rein wieder rausgeglitscht ist okay wer ist ich glaube einer aus unserem team hat das rein gemacht aber nicht getroffen aber ist ja auch nichts dabei ich habe null ahnung wo der redstone block ist okay da war da irgendwo jetzt dort hinten schießen wir dann bei gelb rein und diesmal ist er nicht rausgeglitscht okay bei rot er wird mich wahrscheinlich killen okay doch nicht dann schieße ich bei wieder schon wieder rausgeglitscht ist ich pack's nimmer also manchmal ist das schon so ein büffchen nervig so diesmal ist er drin so der erste drüben wir sind doch nur noch zu zweit in meinem team so wieder bei rot rein bei grün steht immer noch nicht wirklich besser so habe ich reingetroffen so habe ich reingetroffen äh slash kill wollte naja dann werde ich so gekillt mache ich jetzt aber noch mal damit ich in einer knappen situation schnell machen kann der redstone block ist dort ich weiß nicht ob die den schon gesehen haben auf jeden fall bin ich jetzt da und habe ihn bei gelb eingeloggt so jetzt ist er gleich wieder hier und bei rot drin so dann vernichte ich jetzt der grün oder zumindest von den herzen her ich meine sie leben ja noch aber von herzen her habe ich sie vernichtet und der redstone block ist dort ok dann hat wahrscheinlich der grüne jetzt da ja und als kalt auch rein gemacht komm nochmal bei grün ja jetzt ist grün ist grün trotzdem draußen und gelb hat noch halbes herz ähm der redstone block ist dort den hat der ziemlich wahrscheinlich ja oh nice äh schießen wir bei gelb rein so jetzt ist die frage wo ich sage oh nein ja 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 ich bin eingesperrt los ich war einfach bei einer anderen base eingesperrt wie nahe ist haben wir schon gewonnen nicht schießen nicht schießen nicht schießen nein warum schießt er denn und wir haben 10 plus leben so der gelbe ist dort oben bald nicht mehr so und da ist noch einer oh man so gg ist gedreckt zu zweit haben wir sie alle geohnt ich habe gescored der andere hat gekillt nicht mehr nicht mehr nicht mehr und ich glaube ich hänge gleich sofort noch eine runde hintendran weil das einfach cool war so gehen wir gleich hier rein und hoffen dass noch äh blau aufreiß ja so sollte die runde auch ja in 40 sekunden geht sie los in der zeit kann ich doch auch noch mal rausrennen also aus dem map raus und ja yyyy freiheit noch 15 sekunden und ich spring runter yyyy aber dann werde ich wieder in die mitte gespawnt jetzt und und das die 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 das aber ich habe gleich mal büro darin gemacht das ist was schönes ich war aber auch glaube ich auch der einzige der in die mitte gegangen ist sofort oder und geht da aber schade dass du nicht reingehen ich habe etwas spontan geschossen weil der gäbe da eben noch gewartet hat und da war bei mir aber schade so dann gehen wir hinten hin und diese mal gelb rein ich habe gar keine pfeile mehr so der redstone block ist okay hier aber den sollte mein kollege glaube ich haben auch wenn ich getroffen hat er hat ihn wenigstens weggeschossen es wenigstens versucht das ist doch worum es geht und ja und damit der redstone block ist oh mein gott wieder da in der ecke ist dann sieht man ja gar nicht also wenn der reingeht nein da geht einfach über die map wahrscheinlich ja da liegt da oben wahrscheinlich wenn ich so ein eck bin einfach irgendwie hoch und hoffe dass der irgendwie rein geht vielleicht so der sollte aber treffen glaube ich zumindest ja ich habe die fledermaus getroffen die fledermaus so der ist dahinten und ich mache ihn bei gelb rein jetzt in der mitte so dann haben wir runter geschossen ok warte ich lass dich machen ich mache die meisten scores deswegen lasse ich wenn jemand anderer auch dort ist den meisten und wenn ich daran denke den schießen wenn nicht dann halt nicht gut dann lasse ich wieder den das ist aber wieder meiner ein bisschen was möchte ich ja schon noch machen paskos so ist alter wie oft der bei uns ist und wie viel zeit sich die auch immer lassen aber immer durchkommen aha da ist er so jetzt wollte ich mal wieder was machen und zwar bei grün so den werde ich jetzt wahrscheinlich nicht habe ich da ich suche ich habe ich habe auf so jetzt ist grün draußen und da drüben okay das war ein sehr sinniger schuss okay der ist gleich komplett draußen ganz das ganze team ist komplett draußen jetzt wäre nur noch wichtig zu wissen wo der blog ist irgendein teamkollege von mir hat bei gelb reingeschossen okay jetzt müssen wir rot nein die haben ja noch voll viele leben fällt mir jetzt auf ich dachte da hat auch nur noch ein herz so der ist hier ist der alleine der ist nicht alleine der ist zu zweit wir sind zwar noch drei aber trotzdem lass mich okay da hinten gehen wir gleich einmal hin und jetzt müssen sie nur noch killen rot geträgt ist so und ich habe schon wieder die meisten ich finde das spiel irgendwie so cool vor allem ich mache meistens die meisten scores war eine schöne runde waren zwei sehr schöne runden wenn ihr das auch so findet dann das gerne eine positive bewertung da und schreibt doch was in die kommentare ich würde sagen bis zum nächsten video und ciao